sehr gute flanke viel zu viel platz hinten für kehrer dass er ein kopfball-duell gewinnt wieder mit und suchen ihre chance italien ok hat eine riesen chance mit tony und gesagt hat zur not gehe ich auch mit in die serie b ist der teuerste torhüter der welt im 16er von australien das ist die chance noch mal für jetzt und dass einer wie wie duke auch einer wie kehl da hinten gegen die großen kopfball-duelle gewinnt das haben wir schon gesehen ist mir mit vorne das ist die schoffel schipperfeld riesen zart bräck moore mit vorne und dann scott schipperfeld in seinem fünfzigsten länderspiel und dann hat man größere chancen gegen die italiener als wenn sie sich hinten reinstellen ihre formation aufbauen und dann ist es der spiel also erstens die italienische mannschaft und das system zu strukturieren alle wieder ein ein bisschen runter zu bringen und zweitens schipperfeld dann ist auch die karriere schwer das ist der erste eckball dieser partie das kommt der quinta mit raus gut gemacht von bovon war lang in der luft aber trotzdem da ist den darf er nicht aufnehmen wovon guter fußballspieler auch also da mache ich mir keine sorgen wenn er mal so angespielt wird eine viertelstunde vor ende in dem achtet elektrischen abgeschaltet wir werden das sehen wir zeigen sie ihnen exklusiv das geht sehr gut gemacht zumindest knapp genau hingeschaut vom assistenten die können es fast zu 10 wie wir an der möglichkeit vor ein paar minuten gesehen haben gegen kanavaro klasse in der mitte widuka und buffon stark reagiert blitzschnell aus dem tor heraus war zerschaut gegen die sonne und zwar direkt totti trifft italien steht im viertel finale der fußball weltmeisterschaft